Vielen Dank. Jetzt befassen wir uns einmal mit einem medizinischen Problem, das einerseits unglaublich belastet und andererseits aber ein großes Tabuthema ist. Blasenschwäche oder Harninkontinenz. Ein Großteil der Betroffenen sind Frauen, doch auch viele Männer leiden darunter und nur ein Drittel davon überwindet die Scham und sucht ärztliche Hilfe auf. Und das, obwohl es sehr erfolgreiche Behandlungsmethoden gibt. Lieselottes Ramek liebt es, sportlich aktiv zu sein. Doch seit etwa einem Jahr hat die 65-jährige Wienerin mit einem Problem zu kämpfen, das sie bei gewissen Unternehmungen stark einschränkt. Sie hat ein Leiden, das sie mit vielen anderen Menschen teilt. Harninkontinenz. Wenn ich dann 20 Minuten oder sowas schneller gegangen bin oder was, war das halt nicht zu machen, weil ich hab müssen nach Hause gehen und hab mich komplett müssen wieder umziehen. Etwa eine Million Menschen in Österreich leiden wie Lieselottes Ramek unter Inkontinenz. Das heißt, sie können den Harn nicht mehr bewusst zurückhalten. Hauptursache dafür ist ein schwacher Beckenboden. Dieser gehört zu den wichtigsten Muskelgruppen des Körpers, im Bild rot dargestellt. Vor allem im fortgeschrittenen Stadium, wenn die Betroffenen ständig fürchten, andere könnten den Harnverlust bemerken, ist dieses Leiden sehr belastend. Die Patientinnen sind sehr, sehr verzweifelt. Manche dieser Frauen planen ihre Wege, zum Beispiel Einkaufen oder zur Freundin, wirklich nach öffentlichen Toiletten oder Restaurants, die sie kennen, wo sie hingehen können. Manche schränken sogar ihr Sozialleben einfach ein, weil sie wirklich die Sorge haben, dass sie plötzlich Harn verlieren, das nicht stoppen können. Bei Lieselottes Ramek ist die Blasenschwäche zum Glück noch nicht weit fortgeschritten. Dennoch hat sie beschlossen, unbedingt dagegen anzukämpfen. Durch Zufall ist sie auf eine spezielle Therapie gestoßen, die hier auf diesem Stuhl stattfindet. Über eine Spule werden Magnetimpulse freigesetzt, die in das Becken eindringen und auf diese Weise die dort befindliche Muskulatur stimulieren und kräftigen. So sehr, dass es sogar zu einem Muskelkater kommen kann. Die Wirkung ist, dass die Muskulatur gleich wie beim Krafttraining aufgebaut wird, stärker wird und ich dadurch wieder die Kontrolle über mein Harnverhalten bekomme. Ich kann sagen, es ist eine Besserung und das ist ja für mich schon sehr viel. Weil ich kann jetzt fortgehen und ich brauche nicht immer so ein Gefühl haben, naja, irgendwo brauche ich eine Toilette, schwind oder so. Und das ist für mich ja schon sehr positiv. Ob Patienten wie Lieselottes Ramek sich für eine Magnetstimulation eignen, muss im Vorfeld in einem ärztlichen Gespräch geklärt werden. Personen mit einem Implantat oder Herzschrittmacher etwa sind nicht zugelassen. Die Behandlung, die stufenweise erhöht werden kann, ist intensiv zu spüren. Die starken Vibrationen bewirken, dass viele Patienten dadurch überhaupt erkennen, wo sich ihre Beckenbodenmuskeln befinden. Eine gute Voraussetzung, um diesen Bereich auch zu Hause durch gezieltes Anspannen und Loslassen zu trainieren. Man spürt auf dem Stuhl erst einmal, was alles im Becken drin ist, was man überhaupt alles anspannen kann und welche Muskelgruppen dann gezielt gekräftigt werden sollen. Erste Anzeichen einer Inkontinenz hatte Ella Praschburger vor einem halben Jahr plötzlich. Beim Niesen und Husten konnte sie den Hahn nicht mehr kontrollieren. Auch sie ist durch Zufall auf die Magnetstimulation als mögliche Therapieoption gestoßen. Jetzt habe ich schon zehnmal gemacht mit Pause, weil ich dazwischen auf Urlaub war. Und es hat sich sehr viel verbessert. Ich kann jetzt husten, niesen und habe keine Schwierigkeiten. Der Beckenboden lässt sich auch auf einfachere Weise kräftigen. Mit bestimmten Übungen, die man sich von geschultem Fachpersonal zeigen lassen sollte. Eine Messung der Muskulatur ist mittels Biofeedback möglich. Kräftige Muskel etwa werden am Monitor sichtbar, wenn die Kurve beim Anspannen nach oben geht. Hahn-Inkontinenz ist zwar keine lebensbedrohende Erkrankung, wohl aber eine, die das Leben sehr beschwerlich macht. Das ist ein sehr tabuisiertes Problem, daher spricht man nicht so häufig davon. Und es ist über alle Altersgruppen. Es können schon sehr junge Frauen haben, aber natürlich steigt es mit dem Alter. Inkontinenz ist vor allem in Seniorenzentren ein weit verbreitetes Leiden. Um dem gegenzusteuern, bietet man nun seit kurzem in mehreren Senecura-Pflegeheimen die Therapie mittels Magnetstimulation den Bewohnern gratis an. Diese sind bisher sehr angetan davon. Es ist sehr angenehm. Das ist der direkte Wohltat. Es ist eine Therapie, die sowohl den Pflegebedarf reduziert und natürlich für die Würde des Betroffenen eine sehr große Bereicherung darstellt. Und über die Blasenschwäche spreche ich jetzt mit Primaria Dr. Eva-Maria Uhre, Beckenbodenspezialistin und Leiterin des Physikalischen Institutes am Krankenhaus Mistelbach-Gosgott. Schönen guten Abend, Frau Mag. Seitz. Was führt denn hauptsächlich jetzt zu so einer Erschlaffung dieser Beckenbodenmuskulatur? Es ist nicht nur das Alter, oder? Nein, sicher nicht nur das Alter. Sie müssen sich einfach vorstellen, dass die Beckenbodenmuskulatur das Becken nach unten hin abschließt. Es ist ein Muskel wie jeder andere, also wie die Skelettmuskulatur, wie die Oberschenkelmuskulatur und im Training zugänglich. Nur wir sehen sie einfach nicht. Wir spüren sie, wir müssen sie einfach erspüren. Und das ist das große Problem, dass wir das richtig erspüren lernen. Jetzt die Frage, ob es über alle Altersgruppen geht. Ja, natürlich, weil, überlegen Sie, Geburten, Schwangerschaften, Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme, Rauchung, chronischer Husten, aber auch in der Menopause, das sind alles Faktoren, die die Beckenbodenmuskulatur schwächen können. Also es geht über alle, alle Altersgruppen bei den Frauen. Und natürlich auch bei Sportlerinnen, das ist ein großes Tabuthema, weil auch Sportlerinnen bei Stop-and-Go-Sportarten, sei es Tennis, sei es Squash, Badminton, aber auch beim Laufen, kann es zu dieser geschwächten Beckenbodenmuskulatur kommen, weil sie einfach nicht vorher trainiert haben genügend. Aha, also das heißt, ich muss spezifisch hinwirken auf diese Muskulatur, auf diese Beckenbodenmuskulatur. Ich muss sie erspüren und dann kann ich sie trainieren. Also trainieren. Sehr gezielt. Jetzt haben wir da schon im Beitrag einige Übungen gesehen. Wie oft muss man denn die machen? Ja, solche Übungen, das hat schon der Kegel gesagt, sind ca. 60 Mal pro Tag durchzuführen. Wobei das ja während des Tages zwei, drei Übungen, wenn Sie sitzen, wenn Sie stehen, wenn Sie bei einer Ampel zum Beispiel warten im Auto, das häuft sich und Sie kommen auf diese Summe durchaus. Aber das ist so das Ziel, das man versucht zu erreichen. Und abgesehen von diesen Übungen, das hilft sonst noch? Wie wir im Beitrag gesehen haben, eine Methode ist diese Magnetfeldstimulation, die ja zu einer Kontraktion führt, der Beckenbodenmuskulatur und auch bei Drankenkontinenzen. Das ist eine besondere Form, wo die Patienten stündlich aufs WC gehen müssen, sehr sinnvoll einzusetzen ist. Und dieser Drang und die Schwäche der Beckenbodenmuskulatur treffen vor allem ältere Patienten. Das heißt, dort ist es zum Beispiel gut einsetzbar. Aber auch bei Patienten, die zum Beispiel nur die Beckenbodenmuskulatur einmal erfahren wollen. Andere Methoden sind vor allem jene, die das Sichtbarmachen, das Beckenboden zu ermöglichen, wie dieses Biofeedback, das in Echtzeit den Patientinnen zeigt, ob sie richtig die Beckenbodenmuskulatur anspannt und auch locker lassen kann und in Alltagssituationen gut einsetzbar ist. Also zum Beispiel beim Sitzen und Aufstehen kann sie gut anspannen. Oder bei Sportlerinnen, ebenso bei spezifischen Übungen, wenn sie sagen, ich verliere jetzt diesen Moment, wenn ich laufe zum Beispiel, kann man das nachstellen und sie lernt gezielt den Beckenboden wahrzunehmen und zu kräftigen. Kann man aber bei diesen Übungen irgendwas falsch machen? Leider ja. Dadurch, dass wir ja nur die große Muskulatur gewohnt sind, also die Bauchmuskulatur, die Oberschenkelmuskulatur, die Po-Muskulatur, spannen wir meistens die an, weil für diese haben wir eine Wahrnehmung. Aber nicht für die Beckenbodenmuskulatur. Das heißt, wir müssen sicherstellen zuerst die Wahrnehmung des Beckenbodens, wie zum Beispiel mit dem Biofeedback. Inwieweit sind jetzt auch Männer betroffen? In Österreich sind insgesamt über eine Million Menschen betroffen von unfreiwilligen Haarenverlust und davon 20 Prozent Männer. Bei den Männern ist es so, dass es eher nach radikaler Prostatektomie, also nach Operationen auftritt, aber auch bei neurologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Schlaganfall. Also bei Männern ist es eher eine Erkrankung des höheren Alters, während bei Frauen es in jedem Alter vorkommen kann. Und wann ist der letzte Zeitpunkt, wo ich jetzt ärztliche Hilfe aufsuchen sollte? Gibt es da so einen Punkt? Der Wunsch und Ziel ist, dass man sehr früh mit dem Beckenbodentraining anfängt, wenn man dann einfach gar nicht in die Situation kommt, Haaren zu verlieren. Aber schon in dem Moment, wo der erste Tropfen abgeht oder man spielt, man muss häufiger aufs WC wäre es sehr günstig, zum Arzt des Vertrauens zu gehen und hier einfach nicht so schamvoll zu sein, sondern zu sagen, ich habe ein Problem, weil die Ärzte sie sehr rasch in zertifizierte Beckenbodenzentren weiterleiten können oder selber die Fachärzte dafür sind, die ihnen sehr gezielt und rasch und effizient helfen können. Frau Doktor, ich danke Ihnen sehr, dass Sie zu uns gekommen sind und über dieses Tabuthema gesprochen haben. Und Sie sind so nett und bleiben noch bis zum Ende der Sendung, um Ihre Fragen zu beantworten. Zu erreichen ist die Frau Doktor unter der Telefonnummer 018774448. Dankeschön. Danke Ihnen. Danke. 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 Danke.